Hallo, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar geht es heute um die Theorie, ob Dr. Monty böse ist. Und zwar wird das Ganze schon seit einigen Tagen auf Reddit heiß diskutiert. Ihr könnt gerne mal auf der Seite vorbeigucken, ich lasse euch natürlich den Link in der Beschreibung da. Ja, jetzt stellt sich eben die Frage, ob Dr. Monty eigentlich gut oder böse ist. Natürlich, wie gesagt, das sind alles nur Theorien und wir wissen natürlich nicht, was genau in DLC 4 passiert. Nachdem wir jetzt alle zehn Zitate von Dr. Monty anhören konnten und vor allem, nachdem wir das Easter Egg gemeistert haben, stellt sich nun die Frage, was Dr. Monty eigentlich will. Beziehungsweise, warum alles, was er sagt, so ein bisschen doppeldeutig ist. Ich meine, am Ende vom Easter Egg spricht er ja eigentlich nur zu Nikolai Dempsey und Takeo, aber nicht zu Richthofen. Es muss ja auch dementsprechend seinen Grund haben und er äußert sich ja auch nicht gerade gut über Richthofen. Ich meine, er muss ja mehr oder weniger eine übermächtige Kraft haben, dass er zu allen reden kann, weil er ist ja nicht in Gestalt da wirklich da, physisch gesehen. Was wir alle glauben, beziehungsweise was eben diskutiert wird, ist, dass Dr. Monty wahrscheinlich die ganzen Zombies hier kontrolliert. Und das hat er auch schon damals im Mob of the Dead gemacht. Warum glauben wir das? Naja, zum einen, wie gesagt, will er etwas gegenüber Richthofen verschreien. Und zum zweiten haben die ganzen Zombies auf Gorod Krovi auf einmal rote Augen. Und die einzige Map, wo wir sonst noch rote Augen hatten, war Mob of the Dead. Darüber hinaus, wenn wir uns Dr. Monty's Kaugummi-Automaten also ein bisschen angucken, ist darauf ein Löwenkopf abgebildet. Und wenn wir aber in Mob of the Dead die Wunderwaffe Packer Punch und alles und damit ziehen, dann haben wir da auch einen Löwenkopf drauf. Also das ist schon ein bisschen ein krasser Zufall. Also es könnte gut sein, dass Dr. Monty diese Wunderwaffe entwickelt hat, so wie in Mob of the Dead die Zombies kontrolliert und jetzt es hier auf Gorod Krovi auch macht. Und das einfach wieder ein Paralleluniversum ist, in dem Dr. Monty einfach die Überhand hat. Darüber hinaus sagt Dr. Monty ja auch, dass er die Crew schon seit längerem beobachtet und über ihre Sünden Bescheid weiß. Komischerweise ist es auf Mob of the Dead auch so, dass alle vier Charaktere, die dort eben in Alcatraz gefangen sind, alle in Anführungszeichen gesündigt haben. Also es waren alle Straftäter, die da aus gewissen Gründen halt inhaftiert waren. Eine andere große Theorie ist außerdem, dass Dr. Monty ja die ganzen Kaugummis gemacht hat. Dadurch hat er ja auf jeden Fall einen sehr großen Zugriff auf das Element 115. Das Element 115, also 115, ist dafür auch bekannt, dass man dadurch sein Gedächtnis verliert. Vielleicht versucht er schon die ganze Zeit, unsere Crew als unsere Helden hier zu manipulieren und die wissen eigentlich gar nicht, was sie da genau machen, weil sie ja eben immer wieder diese Kaugummis benutzen. So gesehen könnte Dr. Monty ebenfalls böse sein, genauso wie Richthofen, beziehungsweise der alte Richthofen. Oder vielleicht ist dieser Richthofen ja auch wieder böse. Wir wissen ja nicht, wie es in DLC 4 ausgeht. Dr. Monty will ja nicht, dass Richthofen alles weiß. Eben wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass er nicht will, dass Richthofen ihn in seine Pläne eben doch kreuzt. Aber irgendwann sagt Richthofen auf der Karte, er glaubt, ich weiß es nicht, aber ich weiß es. Und das könnte alles wieder darauf hinweisen, dass Richthofen eigentlich genau weiß, was Dr. Monty vorhat. Wodurch er auch nur die drei Seelen am Schluss weggeschickt hat. Denn wenn ihr das Easter Egg beendet, schickt Richthofen ja an Nikolais, Dempsys und Takeos Seelen, also von den alten Charakteren, aus dem Summoning Key weg. Jedoch fehlt ja Shadow Man und Richthofen. Vielleicht hat er deswegen diese zwei noch nicht weggeschickt, weil er weiß, dass Dr. Monty was in den Schilde führt. Oder das könnte genauso sein, dass die Blutproben, die er zum Beispiel um sich trägt von Morb of the Dead oder so, ebenfalls als Absicherung halt einfach gelten, weil er weiß, dass Dr. Monty noch was vorhat. Also wie gesagt, das sind natürlich alles Theorien. Wie es genau ausgeht, können wir erst sagen, wenn wir die nächste Karte gespielt haben. Aber ich finde es übelst interessant, was so auf Reddit halt diskutiert wird. Und wenn ich mir das alles so anhöre, könnte es gut möglich sein, dass Dr. Monty im Endeffekt auch nur einer der Bösen ist. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass sich die komplette Story einfach am Ende nochmal komplett umdreht. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Gucken. Abo und Like, das wäre richtig nice, wenn ihr mir da eins da lasst. Ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann!